Hallo und Willkommen zu einer Runde S6 auf dem Underrealm.eser So, heute spielen wir mal eine Runde S6 wieder mal. Und ich hoffe, die letzte Runde hat euch aufgefallen von S6. Und ich hoffe auch, dass euch die Text-Spec-Forträgen gefallen haben. Denn die waren ziemlich viel Arbeit. Hust, Hust. Nicht. Aber ich hoffe, sie haben euch mal viel gefallen. Und ja, vielleicht bin ich mehr so auf die Videos. Oder auch nicht. Kommt drauf an. Aber ich bring jetzt mal mehr S6 wieder, weil ich finde das viel lustiger, wenn ich einfach so ein Display mache. Weil es eben viel mehr Spaß macht. Und irgendwie ist auch das, die Likes sind. Die sind aber auch besser. Also, die Aufrufe und so. Was es halt alles gibt. Achja, und ich hoffe, ihr euch die neuen Thumbnails haben gefallen. Dieses Style. Denn ich werde das jetzt die ganze Zeit zu machen. Die Zeit. Und ihr müsst so eine Schrift. Wie ihr diese Schrift habt. Cardo Ultra wurde die heiß. So. Der erste ist geklappt. So. Okay. Ich muss mir von laufen. Scheiße. Komm, ist doch low. Hä, wieso kann ich hier voll sitzen? Hä? Ist das dumm oder so? So. Alter, komm doch, ja. Junge. Jetzt. Ach. Da töte ich mich. Töte mich. Junge. So eine. Missgewurt. Wenn du das siehst, bist du eine Missgewurt. So. Mann, Junge, Alter. Ich will doch noch ein Schwert. Alter. Ja, egal. Ich glaube, ihr hört die ganze Zeit davon. Wohl ich mir in den WM das Schwert nicht festkomme. So, weg da. Vielleicht ist es da noch. Nicht gelutet. So. So, weg da. Und ja, ich habe ein neues Intro. Das ich auch schon nehme. Und ihr könnt auch wählen, vielleicht ob ich das alte oder das neue noch nehmen soll. Denn ich finde es eigentlich nicht tolles Neue. Aber das alte war natürlich auch ganz toll. Wieso kann ich mich nicht ganz so entscheiden, wenn ich es nicht nehmen soll. So. Aber ich glaube, ich nehme das neue. Denn das hat irgendwie ein paar mehr Effekte. Und. Jawu. Ich finde es cool. Wenn ihr das auch cool findet, schreibt es einfach dann in die Kommentare. Oder auch nicht. Ist mir egal. Nur irgendwie finde ich kein Schwert. Und die Runde wird wahrscheinlich nichts. Aber ich nehme sie trotzdem. So. Wieder kein Schwert. Und ja, ich nehme die Runde. 30 FPS. Das ist irgendwie so. Weil mein Gebieter einfach nicht mehr schafft. Okay. Ähm. Und ich bin immer noch Erster auf dem Scheißserver. Natürlich nicht scheiße der Server. Aber ich zeig das immer gerne. Eigentlich einfach. So. Alles abgetragen. Ich hoffe jetzt hier ist nicht mehr drin. Schaut. Ich sag nichts. Oh. Okay doch. Ich habe natürlich wieder Luck. So. Hier alles. Ja gut. Alles haben wir. Und. Ja. Jetzt ist die End. Und wir haben keine S. Ja gut. Dann holen wir uns mal den Livin Luca. Komm Luca. So. So. Holen wir uns den. So. 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 Nie. Warte. Schärfe. Okay. Ich kann uns kein Tier verkaufen. Aber ich habe kein Elchen. Also muss ich jetzt. So. Auch Dina. Komm. Komm. Ja. Komm. So. Luca. Komm jetzt. Mann Luca, vergeht's nicht ab. Okay. Chichi. Und ja. Das war's mit der Runde. Ich hoffe ihr euch hat es gefallen. Und. Ja. Jolukel. Die Schacht. Vielen Dank für's Zuschauen!